Johannes, Jopi, Hestas, eigentlich Johann Marius Nikolaas Hestas, war ein von 1936 bis zu seinem Tod in Deutschland lebender und arbeitender niederländischer Schauspieler und Sänger, der nach überwiegender Quellendarstellung auch die österreichische Staatsbürgerschaft besaß. Er galt in seinen letzten Lebensjahren als der weltweit älteste noch aktive darstellende Künstler. Insgesamt stand er 90 Jahre auf der Bühne und 87 Jahre vor der Kamera. Leben Ausbildung und erste Erfolge Der jüngste von vier Söhnen des Kaufmanns Jakobus Hestas und seiner Ehefrau Gertruida Jakoba, geborene Van den Heuvel, begann nach seiner Schulzeit zunächst eine kaufmännische Lehre. Mit 16 Jahren fasste Hestas den Entschluss, Schauspieler zu werden, und gründete eine eigene Theatergruppe. Er absolvierte eine Gesangs- und Schauspielausbildung am Amsterdamer Operettentheater und erhielt bald eine Reihe von Engagements, 1921 hatte er seine ersten Bühnenauftritte in Stücken von William Shakespeare und August Strindberg. 1924 spielte er eine Nebenrolle in seinem ersten Film, dem Stummfilm Cirque Hollandeis, unter der Regie von Theo Frenkel. Im Dezember 1927 sang er bei Harry Frommermann vor, der die Gesangsgruppe Comedian Harmonists gründete, lehnte ein Engagement jedoch ab, als dieser ihm sagte, er würde für die nächsten Monate keine Gage bezahlen können. 1930 heiratete Hestas die belgische Schauspielerin Luisa Gies, mit der er bis zu ihrem Tod 1985 verheiratet blieb. Der Ehe entstammen zwei Töchter, Luise Paula, Wiesje, Herold Hestas und Nicole Hestas. Hestas, Schwiegersohn war der Bühnenbildner Pitt Fischer, zu seinen Enkeln gehört die Schauspielerin Saskia Fischer. 1932 übernahm er seine erste Gesangsrolle und spielte in der Folge in diversen Operetten. 1934 debütierte er mit Milöckers Bettelstudent an der Wiener Volksoper. 1935 entstand in den Wien-Filmateliers der Film Alles für die Firma, in dessen parallel gedrehter niederländischer Sprachfassung de vier Mullers Hestas in der Rolle des Otto zu sehen war. Es folgten Bühnenauftritte in Salzburg und in der Tschechoslowakei. Im gleichen Jahr kündigte die Amsterdamer Majestic Film die Produktion eines letztlich nie realisierten, großen holländischen Operettenfilms, mit Hestas in der Hauptrolle an. Hestas im nationalsozialistischen Deutschen Reich 1936 wechselte Hestas, abgeworben an die dortige Komische Oper, nach Berlin, wo er fortan in zahlreichen Operettenverfilmungen und Musikfilmen mitwirkte. Noch im selben Jahr spielte er unter der Regie von Georg Jacobi in der Uferverfilmung des Bettelstudenten, es folgten die Musikfilme Das Hofkonzert und Gasparone. Vom Berliner Publikum erhielt er seinen Spitznamen, Jopi. Am Silvestertag 1938 gab er erstmals den Grafen Danilo in der lustigen Witwe am Münchner Gärtnerplatztheater, eine Rolle, die er danach über viereinhalb Jahrzehnte hinweg bis 1983 mehr als 1600 Mal spielte und zu seiner Paraderolle ausbaute. Adolf Hitler besuchte mehrere der ersten Aufführungen. Die vor der Besetzung des Landes durch die Wehrmacht im Jahr 1940 unabhängige Presse in den Niederlanden verfolgte die Karriere Hestas, im Deutschen Reich überwiegend mit Wohlwollen. Seine deutschen Filme erhielten in den Niederlanden praktisch ausnahmslos positive Kritiken und liefen auch nach 1940 mit großem Erfolg in den dortigen Kinos. Forts Bewart Het Programme en ogetui Johan Hestas Films, warme onze landgenut ongetweifelt opnieuf grote successen ZAL Oakschen. ZAL Mein Wruf Zweijen, is een vermakelijke huwelijkskomédie, sind wie de film is een pompös operette film, onder Regie van Georg Jacobi ZAL Men Milöckers, Gaspar One, verfilmen. Außerdem enthält das Programm noch zwei Johan Hestas Filme, mit denen unser Landsmann zweifellos erneut großen Erfolg ernten wird. ZAL Mein Wruf Zweijen, ist eine unterhaltsame Ehekomödie, sein zweiter Film ist hingegen eine aufwendige Operettenverfilmung, unter der Regie von Georg Jacobi wird man Milöckers Gaspar One verfilmen. Het Vaderland, 3. Juni 1937, in Luxor kan men deze week, immer nur. Du, met Johan Hestas en oge gahnziehen. De grote belangstelling ervoor nu de Luxors directs hier deze operette film te prolongeren. Im Luxor ist diese Woche noch immer nur. Du, mit Johan Hestas zu sehen. Das große Publikumsinteresse zwang die Luxordirektion, die Spielzeit dieses Operettenfilms zu verlängern. Dortrechtsche Kurand, 30. Januar 1943 Hestas fiel bei niederländischen Widerstandsgruppen zunehmend in Ungnade. Deshalb war er in seinem Heimatland kein Publikumsliebling, sondern wurde teilweise als Kollaborateur bzw. als Mitläufer aus Karrieregründen betrachtet, der in deutschen Diensten gestanden habe, als sein Heimatland von der Wehrmacht besetzt war. Hestas wurde mehrmals vorgeworfen, dass er in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland aufgetreten war. In den 1990er Jahren wurde bekannt, dass Hestas, wie 500 weitere Schauspieler, von Josef Goebbels 1944 auf die sogenannte gottbegnadeten Liste gesetzt worden war. Hestas bekam den Zusatz, Ausländer. Sympathiebekundungen von ihm für das Regime sind nicht bekannt. Er nahm weder die deutsche Staatsangehörigkeit an, noch war er NSDAP-Mitglied. Noch 1938 gastierte er in den Niederlanden in einer Theatergruppe unter der Leitung des aus Hitler-Deutschland in die Niederlande geflohenen jüdischen Künstlers Fritz Hirsch. Andererseits distanzierte er sich nicht explizit vom Nationalsozialismus und der deutschen Politik. Hestas gab später an, er sei an Politik nicht interessiert gewesen und habe versucht, seine Familie herauszuhalten und zu schützen. Hestas in der Nachkriegszeit Hestas – Filme wurden, im Gegensatz zu einigen Filmen mit Heinz Rühmann, nach dem Krieg vom Alliierten Kontrollrat nicht als NS-Propaganda eingestuft, sie hätten dem NS-Regime nur zur Ablenkung und Ruhigstellung der Bevölkerung gedient. Die 1944 von der Terrafilm produzierte Operettenverfilmung Die Fledermaus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Schnittmeisterin Alice Ludwig fertiggestellt. Am 16. August 1946 wurde der Film in Ostberlin als erste deutschsprachige Produktion in der sowjetischen Besatzungszone Urauf geführt. Die Terrafilm blieb im Presseheft zum Film ungenannt. Der unpolitische Film erwies sich als großer Erfolg und spielte in der Folgezeit 20 Millionen Mark ein. Die Firma Artkino zeigte den Film mit beachtlichem Erfolg in New York und anderen Städten der USA. 1949 war der Film auch in Kinos der französischen Besatzungszone zu sehen. Hestas konnte seine Karriere nach dem Krieg fortsetzen und sang in Wien, München und Berlin. Das Auftrittslied des Grafen Danilo, Da geh ich ins Maxim, aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehar wurde durch Hestas zum Evergreen. 1953 engagierte ihn Otto Preminger für den Film Die Jungfrau auf dem Dach nach Hollywood. In den 1960er und 1970er Jahren war er in zahlreichen Fernsehfilmen, Theateraufzeichnungen und Fernsehschuss zu sehen. 1978 erschienen seine Memoiren. Es kommt auf die Sekunde an. 1992 heiratete Hestas die Schauspielerin Simone Rethel. Von 1996 bis zum Sommer 2001 spielte er neben seiner Frau in dem von Kurt Flatto für ihn geschriebenen Stück Ein gesegnetes Alter. Dies trug ihm 1997 sogar einen Vermerk im Guinness-Buch der Rekorde ein, als weltweit ältester Schauspieler, der über 250 Mal en suite in der Hauptrolle eines Drei-Stunden-Stücks auf der Bühne stand. Im Jahr 2005 ging Hestas mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg auf Tournee und gastierte in sieben deutschen Großstädten. Zudem war er unmittelbar vor seinem 102. Geburtstags-Dargast bei einer Feierveranstaltung zum 140-jährigen Bestehen des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Im Dezember 2006 gastierte Hestas als Solist gemeinsam mit Katja Riemann im Konzertprogramm Stars Go Swing der Big Band The Capital Dance Orchestra in mehreren Vorstellungen im Admiralspalast Berlin. Hestas erhielt insgesamt zehnmal den Bambi. 2001 wurde er mit der Platin Romi für sein Lebenswerk geehrt. 2004 trat er in Köln viermal in der Rolle des Herrn im Jedermann von Hofmannsthal auf. Bei der Jubiläumsgala 2004 der Elbland-Festspiele Wittenberge wurde ihm der Titel Kammersänger durch den brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzig und Intendant Heiko Reißig verliehen. Von August bis Oktober 2006 fand die erste Ausstellung über Hestas in der Berliner Akademie der Künste statt, die er persönlich mit einem Liederabend eröffnete. Am Neujahrstag 2008 stürzte Hestas in seinem Ferienhaus im österreichischen Alpbach und zog sich schwere Verletzungen zu, von denen er sich aber rasch erholte. Mitte Februar 2008 trat Hestas, nach mehr als 40 Jahren wieder in seinem Heimatland, in seiner Geburtsstadt Amersfoort, auf. In den 1960er Jahren war er in Amsterdam von der Bühne gebuht worden, nun aber erhielt er Standing Ovations. Im selben Jahr übernahm Hestas eine Nebenrolle in der Komödie Anderthalb Ritter, auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde von Till Schweiger. Dies war sein erster Auftritt in einem Kinofilm seit Otto, der Film aus dem Jahr 1985. Im Dezember 2008 sorgte Hestas mit einer Äußerung für Aufsehen. In einem Interview für die niederländische Satirefernsehshow de Jackalzen wurde dem bald 105-jährigen vorlaufender Kamera die Frage gestellt. Was dat eigenlike e-en-ardige Mann? Adolf Hitler, Punkt. Hestas antwortete. Adolf Hitler, ja Gott, ich kenn den Mann wenig. Ein Kerl, weißt du, das war er. Auf die Nachfrage des Interviews, was, e-en, sagte Hestas, ein guter Kerl. Nach einem Einwand seiner Frau, Hitler sei doch kein, guter Kerl, gewesen, schränkte er ein. Nun ja, das war er nicht, aber für mich war er nett. Daraufhin wies sie ihn mit Hinweis auf Hitlers Verbrechen zurecht. Später kritisierte sie, die Antwort sei ihrem Mann, in den Mund gelegt, worden. Er blieb zunächst bei seiner Äußerung und entschuldigte sich wenige Tage später in der Fernsehsendung Wetten, dass... Der Stern wies darauf hin, dass der hochbetagte Hestas das provozierende Satirespiel kaum durchschaut hatte. Rechtsstreit um Auftritt im KZ-Vorwurf im Jahr 1976, 1976 warf ein niederländischer Journalist Hestas vor, 1941 das KZ Dachau besichtigt und einen vergnügten Auftritt vor der SS gehabt zu haben. Hestas singt für SS, titelten Zeitungen und zeigten ein Foto, auf dem das Dachauer Häftlingsorchester vor Hestas musiziert. KZ-Kommandant Alexander Piorkowski hatte ihn eingeladen. Hestas stritt den Besuch nicht ab, wohl aber, dort aufgetreten zu sein. Er betonte, als Ensemble-Mitglied des Münchner Gärtnerplatztheaters für nationalsozialistische Propaganda benutzt worden zu sein und den Besuch im KZ bereut zu haben. Im Jahr 1978 schrieb er in seiner Autobiografie, das Lager wirkte auf uns wie ein typisches Soldatenlager, es sah so aus wie ein Arbeitsdienst oder Hitler-Jungen-Lager, die man aus den Illustrierten kannte. Wir trafen ein, heuchelten Interesse, ein Soldat knipste uns mit seiner Privatbox, und wir fuhren wieder nach Hause. Am Abend, so glaube ich, hatte ich bereits wieder Vorstellung. Klage auf Unterlassung und Widerruf Hestas Frau Simone stieß 2006 im Nachlass des ehemaligen Gärtnerplatzintendanten Fritz Fischer auf ein Fotoalbum mit einer Zueignung des Lagerkommandants. Alexander Piorkowski, den lieben Künstlern, die uns am 21. Mai 1941 durch einen frohen und heiteren Nachmittag im KL. Dachau erfreuten, gewidmet. Keines der vollständig erhaltenen Fotos in dem Album zeigt Hestas bei einem Auftritt für die Lager SS. Auf einem Gruppenbild sieht man einige Mitglieder des Gärtnerplatzassabels im Kostüm, Johannes Hestas hingegen im Trenchcoat. Im August 2006 dementierte Hestas in einer Talkshow im Fernsehen erneut. Ich schwöre es bei meiner Familie, es ist nicht wahr. Albert Knoll, Archiver der KZ-Gedenkstätte Dachau, erklärte, dass es durchaus üblich gewesen sei, Prominenten nach einer Führung durch das Lager ein Fotoalbum zu schenken. Der Publizist Volker Kühn äußerte sich im Februar 2008 im Interview mit einer niederländischen Zeitung über einen Auftritt Hestas vor der Wachmannschaft der SS im Konzentrationslager Dachau am 21. Mai 1941. Hestas erhob beim Landgericht Berlin Klage auf Unterlassung. Kühn berief sich auf den ehemaligen Häftling Viktor Matejka, der im Mai 1990 von Kühn interviewt, geäußert hatte, er habe bei Hestas' Auftritt, den Vorhang gezogen. Jürgen Trimborn mahnte demgegenüber zur Vorsicht, da Matejka von einem Auftritt bei Dunkelheit gesprochen, Hestas' Besuch im Lager aber am Nachmittag stattgefunden habe. Hestas' Anwalt Gunter Fette beschrieb die propagandistischen Führungen durch das KZ vor Gericht. Man muss sich das wie eine Art Tag der offenen Tür, vorstellen. Die Klage wurde am 16. Dezember 2008 abgewiesen. Die Widmung des Fotoalbums vom 21. Mai 1941 wurde als Anhaltspunkt für einen möglichen Auftritt gewertet. Hestas habe nicht bewiesen, dass die beanstandeten Äußerungen Kühns unwahr seien. Hestas ging in Berufung. Im April 2010 endete der Streit mit einem Vergleich. Nachdem Kühn erklärt hatte, er werde Hestas künftig nicht mehr als Lügner bezeichnen, wenn er einen Auftritt in Dachau bestreite, erklärten beide Seiten den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt und Hestas übernahm die Kosten. Späte Jahre von 1990 bis 2011 Hestas lebte bis zu seinem Tod im oberbayerischen Landkreis Starnberg. Infolge einer makulade Generation und eines 2007 aufgetretenen Glaukums verlor Hestas zunehmend an Sehkraft und er blindete 2009 vollständig. 2003 stand er mit 99 Jahren von September bis November auf der Bühne der Komödie im Marquard in Stuttgart. Im Juni 2009 spielte er 105-jährig am alten Schauspielhaus Stuttgart im Jedermann-die-Rolle-Gott. Die Stadt Wien hat Hestas zu seinem 106. Geburtstag mit einer Feierstunde geehrt, zu der Veranstaltung im steinernen Saal des Rathauses waren zahlreiche Prominente gekommen. Am 8. Dezember 2009 trug er in einem Konzert des Wiener Robert-Stolz-Clubs aus Milöckers Operette der Bettelstudent das Lied »Ich knüpfte manche zarte Bande« und den Operettenschlager »Da gehe ich ins Maxim« vor. Vom 28. Juli 2010 bzw. 30. Juli 2010 anstand Hestas in Rolf Hochhuts Inselkomödie für einige Vorstellungen auf der Bühne des Berliner Theaters am Schiffbauerdamm. In dem Musical sang Hestas nicht, sondern sprach zwei kurze Monologe. Hestas habe in dem Stück unbedingt »Eine kleine Vorbeigehrolle« spielen wollen, sagte der Komponist des Werkes, Florian Fries. Außerdem wirkte er 2011 in dem Kurzfilm »Ten« als Petrus mit. Kurz vor seinem 108. Geburtstag am 5. Dezember 2011 musste Hestas wegen eines Schwächeranfalls einige Tage im Krankenhaus verbringen. Dabei wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Er wolle mindestens 110 Jahre alt werden, hatte er danach verkündet. Seinen 108. Geburtstag am 5. Dezember verlebte er zu Hause im Kreis seiner Familie. Am 17. Dezember wurde er auf die Intensivstation des Starnberger Klinikums eingeliefert, wo er am 24. Dezember im Beisein seiner Frau und seiner Tochter wies ihr an den Folgen eines Schlaganfalls starb. Die Beerdigung fand am 30. Dezember auf dem Nordfriedhof in München statt. Hestas galt vor seinem Tod im Alter von 108 Jahren als der zweitälteste in Deutschland lebende Mann. Sein umfangreicher schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Ende 2019 nahm seine Witwe seine offizielle Website vom Netz. Auszeichnungen 1967, Ehrenpreis der Stadt Wien 1967, Bambi 1975, Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1982, Johannes Hestas Ring des Theaters an der Wien 1982, Ehrenmitgliedschaft des Theaters des Westens Berlin 1983, Medaille München leuchtet 1983, Ehrenmitgliedschaft des Gärtnerplatz Theaters München 1984, Ehrenmitgliedschaft der Volksoper Wien 1984, Bayerischer Verdienstorden 1985. Goldener Nürnberger Trichter der Nürnberger Trichter Karnevalsgesellschaft 1987, Bambi 1990, Bambi 1993, Verdienstorden des Landes Berlin 1996, Publikumspreis Goldener Vorhang von Berlin als beliebtester Schauspieler der Spielzeit 95 96. 1997, Bambi 1999, Ehrenring der Stadt Wien 1999, Silbernes Blatt der Dramatiker Union 2000, Diva Award 2001, Romy in Platin für sein Lebenswerk 2002, Goldene Kamera für sein Lebenswerk 2003, Krone der Volksmusik für sein Lebenswerk 2003, Bambi 2004, Verleihung des Ehrentitels Kammer-Sänger 2005, Stier der Hohen Salzburg in Gold für sein Lebenswerk, Herzlichkeit und Humor 2006, Ehrenpreis des Radio Regenbogen Award 2007, Bambi 2008, Bambi 2008, Ehrenmitglied der Europäischen Kulturwerkstatt e. V. Berlin-Wien 2009, Bambi 2009, Goldene Wien-Plakette 2010, Bambi 2011, Bambi.